Jo Freunde, wir kommen zu einer neuen Folge Knäck, also die erste Folge von Knäck 2, Knäck 2, also. Also jetzt schon später. Boah, ich freue mich einfach so hart. Nein, 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 lass mich noch ruhig, ich bin hier in Begnerwachen. Was gibt es denn falsch rein? Alles kalt? Alles kalt? Ja, kennen wir es schon. Wir probieren auf jeden Fall erstmal ein paar Tricks, also der... Okay, das war schon mal nix. Und ich schütze. Lass mal ein bisschen killen. Freunde, wir probieren jetzt einen Endkurs. Nein, 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 nein. Also der Tritt ist auf jeden Fall schwor, noch? So. Auf jeden Fall machen wir uns recht klein. Nein, wir machen jetzt die Aufnahme. Ja, kannst du mit mir spielen? So, wir machen das mal weiter. Wir machen es wieder groß. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal der erste Gegner. Da ist auf jeden Fall glaube ich ein Secret Room. Oh mein Gott, alle wieder zurück. Oh mein Gott, alle wieder zurück. Einmal ihn killen. Einen schönen Mann. Hier ist auf jeden Fall, hier müssen wir erstmal wieder durch. Auf jeden Fall gehen wir erstmal hier lang. Dann erste Tool. Geh öffnen. Oh yeah. So. Weiter. So, es soll auf jeden Fall schwer sein. Oh mein Gott. Hier bin ich wieder. Hier bin ich wieder. Schnell. Boah, Bobby. Bobby, komm mal hin. 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 Und bellt. Und der? Okay, wir sollen anscheinend nicht rum. Also anscheinend sollen wir jetzt den, ja? Und hier so wie X. Oh mein Gott! Kommt hier alle her. Alter, das geht auf jeden Fall. Also mal freuen sie irgendwie. So. Ein bisschen zerstören, Freunde. Wie lang. Lass mal wieder klein machen. Bringt auf jeden Fall ab oder lassen wir. So. Oh, wir haben... Oh, fuck. Wir haben den schönen Tritt zerschmellert. Runtergeschubst er. So. Nein. Willst du jetzt mit mir spielen? Nein. Willst du jetzt mit mir spielen? Nein. Ja, ich mach doch gerade ein Video. So, wie wir auf jeden Fall weiter. Mein Vater wusste nicht, dass ich das gerade aufnehme. Abonniert eine unterstrich. Seahrox unterstrich. Seahrox unterstrich. Abonniert auf jeden Fall. Ehm. Unterstrich Seahrox unterstrich. Z-E-R-O-W-Z unter... Ne, was? Oh, man. Justin sagt mir Scheiße. Unterstrich Seahrox. Also mit ER geschrieben. Alter unterstrich Seahrox. Genauso wird auch mein Korb geschrieben. So, auf jeden Fall machen wir weiter. Oh Gott, schöne Relikte erstmal. Boom. Er sind drei. Auf Instagram. Insta Justin 1,3,2. Coole Bilder gehen. Na, Justin redet da. Quatsch. Oh, fuck. Sie sind gedrückt heute. Ne, gedrucken. Bam. Bäm. Bäm. Oh mein Gott, fuck. Wir rennen auf jeden Fall erstmal durch und, jumpen hier erstmal durch. Bam. Oh mein Gott, fuck. Komm gleich her. Schön. Greif an. Eier. Er ist auf jeden Fall. unter allem Alteams auf Griefer Games unterschließt mir mal gesagt mal unterstrich Zierwax unterstrich jetzt auf jeden Fall mein Bruder der muss ja immer in jedem Video mich nerven Digga, was? oh mein Gott, das geht ja super komm wir her, du oh nein, wir haben zusammen gecrashed so, wir machen auf jeden Fall weiter, oh mein Gott schnell das Auto nehmen fuck, es ging dir grad nicht, wir mussten es so oh mein Gott, er lebt ja immer noch mit Autos, die Laptop dienen na, wollt ihr was schmecken oder was? als ob ich jetzt so dumm bin wollt ihr was schmecken oder was? ich krieg dir was lecker essen boom hatchet so, auf jeden Fall erstmal bam, erster Treffer easy zweiter Treffer easy oh mein Gott, jetzt rastet der aus oh mein Gott das geht nicht mehr so oh mein Gott komm wieder her ich zerstöre dich ich hab abgewehrt bam bam block 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 down ich hab doch abgewehrt mit mit Schüssel aha, abgewehrt oh mein Gott nein, da ist er wieder äh ich bin sauer auf dich ich bin sauer auf dich oh mein Gott also ich glaube das bedeutet sauer, oder? auf jeden Fall nicht getroffen erstmal ihn zerstören also was bedeutet zerstören halb zerstören okay, das war grad nicht schön oh mein Gott ja, genau jetzt können wir nämlich auch solche Level so das ist auf jeden Fall unser Körperklatscher glaube ich der Weg ist schwindig der Weg ist schwindig okay, dann ich guck mal was das hier ist genau das hier wird mein Lieblingsantakt glaube ich, Freunde wie ich hab's oh nein wieder meine verrückten Ideen mein Lieblingsattacke bam die mag ich ganz gern ungefähr oh mein Gott ich hab die Kratik blockt dann muss also ich bleib abgeblockt er ist auf jeden Fall wieder down jetzt haben wir wieder Mini Neck doch nein ich bin sie nicht Neck, ne? auf jeden Fall mal eine leckere Antacke könnt ihr auf jeden Fall mal tos kosten dann down so jetzt macht er seine verrückten Ideen die ist noch nicht so hart was jetzt? nein, seine verrückten Ideen mag ich nicht so hier wollt ihr ein paar Chips aber die die da den müssen bitte ein bisschen vorsichtig machen wir machen auf jeden Fall weiter so oh mein Gott BÄM voll zerschmerdert ich glaub das besagt jetzt nichts geht oh mein GAS oh mein Gott ja nein hält die Tastik ich bin für alles bereit klein machen uff juhu er hängt der kleine Mini Neck groß machen oh mein Gott er macht das erst mal kaputt schön dann ich bin ich bin ich bin ich bin wuuuuu Brünenkubi ist mal auf ihn down ich bin wörj oh Ist es das, Lukas? Ja, direkt vor uns. Okay, festhalten. Ich gehe runter. Bist du so weit, Neck? Gibt es einen Grund, warum du hier wandern gehen wolltest? Ja, aber ich will dir die Überraschung nicht verderben. Tja, das will ich natürlich auch. Jetzt mach schon, Neck. Komm in die Gänge. Ich bin einfach froh, Zeit mit meinem Lieblingsneffen zu verbringen. Mit deinem einzigen Necken. Tja, das auch. Ist doch Neck. Wird aber auch Zeit. Dann legen wir mal los. Ich habe einen Taku. Frische Luft und etwas Kopf. Was gibt es für Sie? Das wird toll. Da machen wir einen Cut.